So oder so ähnlich könnte es an einigen Orten zum Sonnenaufgang am Wochenende aussehen. Ein klarer Himmel mit Nebel und Reif über den Feldern. Wer das beobachten möchte, sollte sich frühmorgens warm anziehen. Bereits in der Nacht zum Samstag sinkt das Thermometer auf Werte von plus drei bis minus drei Grad ab. Temperaturen unter Null, hier in blau markiert, gibt es vor allem im Süden. In der Nacht zum Sonntag auch weiter nördlich. Mit Bodenfrost muss abgesehen von den Küsten und einigen Ballungsgebieten fast landesweit gerechnet werden. Somit gilt es, empfindliche Pflanzen noch vor dem Wochenende ins Haus zu stellen, den Eiskratzer für mögliche gefrorene Autoscheiben bereitzulegen und vorsichtig zu fahren. Vor allem auf Brücken sowie in den Flusstellern im Süden kann Reifklette auftreten. Teilweise behindern auch dichte Nebelfelder die Sicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ... ... ... Vielen Dank.